Berlin Almanya in Bosch County Berlin Berlin die Hauptstadt von Deutschland Berlin die Hauptstadt von Deutschland Berlin ist die größte Stadt Deutschland Berlin ist die größte Stadt Deutschland Berlin ayrıca kendi başına bir eyalettir Berlin ist außerdem ein eigenes Bundesland Berlin ist außerdem ein eigenes Bundesland Berlin Berlin ist eines der wichtigsten kulturellen und künstlerischen Zentren Europas. Berlin ist eines der wichtigsten kulturellen und künstlerischen Zentren Europas. Lasst uns diese schöne Stadt zusammen besichtigen. Berlin liegt zwischen den Flüssen Spree und Havel. Berlin liegt zwischen den Flüssen Spree und Havel. Berlin ist der Reichstag, der im Jahre 1894 erbaut wurde. Dieses Gebäude ist der Reichstag, welcher im Jahre 1894 erbaut wurde. Günümüzde Parlamento binası olarak kullanılıyor. Heute wird er als Parlamentsgebäude benutzt. Heute wird er als Parlamentsgebäude benutzt. Almanya milletvekilleri işte bu sıralarda oturuyorlar. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sitzen hier in diesen Reihen. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sitzen hier in diesen Reihen. die in diesem historischen Bauwerk wurden moderne Gebäude errichtet. Neben diesem historischen Bauwerk wurden moderne Gebäude errichtet. Der beeindruckendste Teil dieses Bauwerks ist diese Glaskuppel. Diese Glaskuppel symbolisiert die Transparenz der Demokratie. Diese Glaskuppel symbolisiert die Transparenz der Demokratie. Die Menschen laufen in der Glaskuppel und schauen sich die Aussicht über Berlin an. Die Menschen laufen in der Glaskuppel und schauen sich die Aussicht über Berlin an. Die Menschen laufen in der Glaskuppel und schauen sich die Aussicht über Berlin an. Jetzt sind wir zum Brandenburger Tor gekommen. Jetzt sind wir zum Brandenburger Tor gekommen. Das ist das wichtigste Wahrzeichen Berlins. Das ist das wichtigste Wahrzeichen Berlins. Das ist das wichtigste Wahrzeichen Berlins. Dieses Tor wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Berlin ist ja wichtig und dieses Tor wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Der Ort der Berlin besucht kommt sicher auch hierher. Jeder, der Berlin besucht, kommt sicher auch hierher. Wir werden diese schöne Hauptstadt weiterhin gemeinsam besichtigen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!